Ja, ich freue mich auf dem VDE Tech Summit 2018, einen Vortrag zum Thema Industrie für Null, wie die Digitalisierung die Geschäftsmodelle verändert, halten zu dürfen. Und ja, was ist Industrie für Null? Hat drei Aspekte. Erster Aspekt ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Aus der Fabrik wird die smarte Fabrik, aus der Prozessanlage wird die smarte Prozessanlage. Zweiter Aspekt ist die Digitalisierung der Produkte, also das Erstellen eines Digital Twins, einer Simulation des realen Produktes auf Basis von Simulationssoftware und damit die Möglichkeit der Generierung eines smarten Produktes. Dritter Aspekt, die sogenannte Königsdisziplin, ist die Einführung von Datenmehrwertdiensten, im englischen Smart Services, die nichts anderes sind als die Auswertung der Rohdaten aus den realen Produkten, Produkten und virtuellen Produkten zu Mehrwertdaten, Smart Data, die dann über Smart Services im Internet vertrieben werden und den Kunden die Basis für eine Digitalökonomie bilden. Mittel zur Verbrauch vom Nachdenzo, die Petrus, die dealer immer mit zwei fuckin Kleisterschaftsbasis von Platt coordenstärke und finanziellem und vg. Vf. Quочi,